in dem heutigen video möchte ich euch einen glitch zeigen bei dem ihr unendlich munition habt wie ihr seht lädt sich meine munition von selbst wieder auf und wie das ganze funktioniert zeige ich euch jetzt für diesen glitch braucht ihr eine versänger ohne die geht es nämlich nicht nimmt eine mit und ihr müsst euch auch merken in welchem rucksack slot die versänger drin ist bei mir ist das im ersten slot wenn ihr dann in der runde seid dann rüstet eure versänger aus und schießt mit der waffe wo ihr unendlich munition haben wollten paar schüsse so dass die nachlade bereit ist dann droppt eure waffe und hebt sie wieder auf und danach müsst ihr auf den rucksack mit dem zeiger auf den slot eure versänger drin war und ihr werdet sehen die waffe lädt nach sobald die waffe aber komplett nachgeladen ist also das magazin voll ist dann hört dieser glitch auf und ihr müsst das ganze wiederholen also schießt am besten paar kugeln mehr so dass ihr länger nachladet also ich mache das jetzt mal nochmal ich zeige euch das mal ich habe gerade zwei schüsse drin ich droppe meine waffe und danach musste die waffe wieder aufheben und wenn ihr die waffe wieder aufgehoben habt dann müsst ihr mit dem zeiger auf den slot wo eure versänger drin war bei mir war das der erste slot und sobald ihr seht dass die waffe nachlädt dann könnt ihr einfach auf schießen spammen und ihr seht leute ich kann durchgehend schießen und außerdem könnte man diesen glitch auch kombinieren falls man mag gerade könnte man die schießen taste beinden und so in irgendeiner ecke bei einen durchhalten auftrag zum beispiel und afk leveln das war's dann mit dem video falls euch das video gefallen hat lasst doch ein like da und schreibt mir die kommentare und für alle die noch kein abo bei mir haben ihr könnt das jetzt an dieser stelle ändern und die glocke aktivieren damit ihr immer auf den neuesten stand bleibt und in zukunft nichts mehr verpasst danke fürs zuschauen und bis zum nächsten video ciao